So, Digga, betrachten wir mal ganz kurz hier diesen schönen Weihnachtsmango. Ich hab richtig Cinematics-Start. Sofa, Retail Row, ho ho ho, ist doch da. Der Weihnachtsbaum wird doch jetzt direkt wieder geplündert, du. Ach, der wird so hart geplündert. Jetzt wird erstmal die Wespe bei mir eingesetzt. Moment, und huch. Ach ja, die macht ja hier den Optik-Modus am Start. Boah, Digga, hier landen richtig viele. Okay, komm, die werden richtig Auge machen auf die Kiste. Alle. Und hier auf dem Silos auch eine Kiste, aber ich gern mir die Kisten beim Weihnachtsbaum. Komm schon bitte, Weihnachtsmann. Komm da nicht weit, ich komm da nicht weit, ich schau. Ich hab bitte ein schönes Geschenk für mich. Ach, hier ist doch nur eine Kiste. Eine nur? Eine nur, und noch eine MP. Und noch einen Trank wenigstens. Okay, Digga, wo bist du? Lieber mich, ich will ihn bauen, ich will ihn bauen. Und lieber mich, da sind so viele Gegner bei mir. Moment. Oh. Ich laufe einen Gegner ganz hinterher, Stil. Ich hab einen. Ne, das sind zwei. Einen hab ich, der dich ausmachen wollte. Einer ist noch hier auf dem Dach. Ja. Okay, er ist... Meiner ist down. Schön. Hab ich noch einen down? Einer ist hier noch auf dem Dach, Stil. Komm, komm mir mal nach. Okay. Komm mal her. Easy. Der ist hier reingelaufen. Ja. Hat er mich gesehen? Ich glaub nicht. Er ist hier reingelaufen, rechts runter. Nein. Ich bin weg. Sprung. Oh, hab den, hab den, hab den. Nice. Schön. Big kill. Ich hab nur sieben Leben. Okay, sauber, sauber, sauber. Ich finish ihn kurz. Vielleicht hat er eine Waffe. Okay. Ach, super. Wenn dir die Waffe... Ich hab nur eine Shotgun. Hier ist noch eine grüne M4. Nimm die. Ach so, sauber. Okay, sauber, sauber. Knackisch. Die liegt hier einfach. Ja, okay. Dann lass mal direkt mal hier reinrushen. Ich würd gerne das Silo holen, Digga. Ja, nein. Hier ist noch ein Schlürftrank. Ich geh mir den schnell. Okay. Oh, du hast auch echt kein Leben. Nein, schade. Glühwein, Leute. Ister. Warte mal. Hörst du dich schießen gerade? Ja. Und das war sehr gut. Ich hab eine Kiste im Moment. Steel auf dem Silo war auch noch eine Kiste, ne? Ja. Ich komm jetzt sofort, aber ich muss jetzt mal gucken, was die da hinten machen. Das geht natürlich gar nicht. Oh, du bist schon weit weg von mir. Okay, Digga. Ich gönn mir schnell die Kiste. Oh, die schießen da alle, Digga. Ich will die eigentlich holen, aber ich kann die auch gar nicht so richtig sehen. Hm. So, ich bin oben. Okay. Hier ist noch ein Trank und ein Schneeballwerfer. Habt ihr einen aus, warte, getötet? Steel, bitte überlebt kurz. Hab beide, warte. Ich hab einen ausgetötet komplett und einen hast du gerade ausgenockt. Okay, Digga. Ich komm jetzt sofort zu dir. Oh mein Gott, warte, er will den helfen. Ach, scheiß drauf auf das Metall. Okay. Gleich wird die Schneeballschlacht eröffnet, mein Freund. Hab den einen, warte, Bro. Moment, Moment. Oh mein Gott. Ich komm zu dir. Er piept mich. Warte, ich bin gleich bei dir. Sofort. Okay. Sauber, Sauber. Der Klinger ist so krank, warte. Der war, der ist richtig knackig reingegangen. Er ist auf jeden Fall noch hier. Über uns ist auch eine Kiste. Hier ist er draußen. Moment. Hol ihn, hol ihn, der ist sauber. Ja, das wurden nochmal Granaten geworfen. Ich komm, ich komm, ich komm. Oh mein Gott. Nein, ich dachte, die kam so gut. Da kommt noch einer angerannt. Stil. Ich bin gerade ein Team. Von links noch. Oh, warte mal. Ich muss nochmal hier. Ich weiß, die Granaten. Oh nee, nein. Er hat so Leben. Ja. Hab ihn. Ich knock ihn aus mit der Granate. Ich komm zu dir. Oh mein Gott. Wo bist du Stil? Bei dir, bei dir. Der hat eine MP. Der hat nur eine MP. Nein. Nur eine MP hat er. Oh Mann. Shit. Nice. Sauber, Sauber. Das war richtig, das war richtig nice. Digger, allein ich will dieser Dings, dieser Schneeball, der ist so knackig in diese Tür reingeflogen. Ich wöre, das war so lecker. Ich hab doch gesagt, jetzt wird Schneeballschlacht gemacht. Der kam so geil. Er ist direkt vor uns, Stil. Unten, unten, unten. Er läuft hoch, er läuft hoch. Okay. Er ist hier draußen. Er ist draußen irgendwo. Nein. Er ist nicht. Ich hab ihn auch nochmal. Er ist einmal angehittet, ne? Nochmal angehittet. Häscht hat er gegeben. Down, down, down. Oh mein Gott, nervt der. Noch einer, Stil unter dir? Ja, ohne, ohne. Oh mein Gott, was ist das hier? Oh mein Gott, dein Leben. Oh mein Gott. Ich hab vier Leben nur noch. Krank. Da liegen noch Verbände, da liegt noch ein knackiger Schildi, dann würde ich mal sagen. Ich hab mir das deutlich einfacher vorgestellt, die alle zu holen, Digger. Ich auch, Mann. Das war natürlich intense. Okay. Hier sind Verbände. Nehmen wir erstmal ganz kurz. Okay, 15 Stück. Hier sind noch Shotgun. Grüne M4. Gönn dir richtig den Glühwein rein, Digger. Ich geh mir noch die Verbände hier. Wie viele AR-Munition hast du am Start? 25 nur. Ach, da kann ich dich auch direkt auf den großzügigen Modus mal geben hier. Du droppt jemand natürlich hier, Barca. Digger, du siehst so gefährlich aus, Alter. Ah, ha, 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 ha. Die Türen sind auch gefährlich, die ich dir gerade gegeben hab. Gönn dir. Ja, sofort. Hier ist noch eine grüne Burster, Digger, Digger. Die ist eigentlich auch ganz schmackhaft. Hm, das nehmen wir mit. Ich hab jetzt, ich weiß, ich kann eigentlich die Granaten droppen. Ich hab noch den Granatwerfer. Oh, 134 Schüsse, Digger. Das ist nice. Nice. Du meinst nicht Schneeballwerfer, Digger. Die ist so lustig, Digger. Ja, Schneeballwerfer. Okay, wie viele, ich hab so wenig Ressourcen, die hat auch echt gar keine Ressourcen auch am Start. Die hat 150 Holz, ich mach hier noch ein paar Sachen kaputt. Komm, wir können kurz chillen, Digger. Ja. 32 Gegener leben noch. Denkst du, hier ist noch irgendwo einer? Ich denke, ne, ne. Diese Bände kann ich mitnehmen, ich hab dann 15. Ich hab auch echt viele gelandet, wir haben auch echt viele Wecker, Sneed, ich hab schon fünf Kills, ich glaub, die waren... Ah, über, über mir, in dem einen Haus, war wohl noch eine Kiste, hast du die aufgemacht? Ne, ne? Ne, ich hab nicht sie aufgemacht. Ah, okay, warte, die müssen wir noch aufmachen, Digger, über mir war noch eine Kiste. Achso, auf dem Dach, meinst du? Ja. Oder hat der Typ die schon geöffnet? Moment, ich schau nochmal. Ah, nein, der hat sie schon geöffnet. Ah, schade. Ja, okay. Die Zonen, wir sind richtig gut in der Zone drin, merk ich gerade. Oh, richtig hier im mittigen Hasen. Ja, Mann. Direkt zentral, klimatisch und sopper hier. Warte mal, ich muss mir jetzt mal ein paar Bäume gönnen. Oder Büsche. Oh, Stil, das eine Haus ist komplett umgelootet. Und da ist doch schon die Kiste hier. Oh, haha. Hier eine gediehen Hundehütte ist doch die Kiste, Stil. Du kennst das doch. Geheim, versteckt. Ach nein, ich hab mich absolut verguckt. Ach, pass, aber ich hör doch. Kein nächster Moment in meinem Leben. Ach, direkt, weh. Hier ist noch ein Deckenzapper, den können wir mal auf lustig aufplatzieren, Digger. Ah, ein Wandzapper ist das. Was ist das für ein Zapper? Das ist wahrscheinlich so, ja genau, ein Wand müsste das wahrscheinlich sein. Das sind diese zwei Alien-Teile. Über mir ist noch eine Kiste, ich öffne die kurz, dann komme ich direkt zu dir. Läuft es schon zum Blutrop? Ja, ja, ich gehe schon mal in der Richtung, um die auf jeden Fall nicht verfehlen. Habe ich jetzt noch ein Schild dran? Ach, so eine Sniper? Ne, noch nicht. Okay, das ist halt immer wieder den, ah, den sehe ich sogar auf so einer Antenne mäßig. Direkt noch eine Kiste, aber ich weiß nicht, ob sich das lohnt, jetzt kurz einen Stepper zu machen. Aber ich habe mich hier nicht die Decke. Ah, die Zone ist eigentlich echt bei uns. Ich weiß gar nicht, ob sich das lohnt. Eigentlich schon. Ich weiß nicht, so einen Lootrop, den lässt man nicht so gerne alleine da stehen. Oh, du sagst, du brauchst, dass wir hier bleiben bei Retail? Ähm. Ja, wir können schon losrushen, ne? So ist es nicht. Ich bin ja immer beim Waschen dabei. Ich habe jetzt hier zwei Fallen platziert in dem Haus. Ich mache jetzt gleich unten noch die Tür zu, Digga. Damit ihr denken, huch, hier ist ja gar nichts passiert. Machen wir noch schnell hier die Treppe kaputt. Ach, ich bin doch gerade hier aufgedacht. Ne, das war ja der bestimmste schlechte Salud aller Zeiten. Okay, Stil. Ich laufe jetzt hier aus dem Haus. Ah, ich kann die Tür hier nicht zumachen. Egal, Scheiß drauf. Warte, ich kann mir noch hier die Verbände. Okay. Munition Isida. Ah, warte, ich sehe auch gerade diesen. Ne, Lootrop ist genau vor uns. Alter, der ist ja richtig nah, ich habe voll vercheckt. Okay, Moment, ich bin gleich bei dir. Ich warte noch auf dich, ich gebe mir noch nebenbei eh ein bisschen Holz. Boah, knackig 61. Nein, die haben sich gerade gegönnt, ich habe es gerade gehört. Moment, Moment, ich komme, ich komme. No, no. Oh, no. Warte. Ähm. Ah, okay, ich sehe gerade. Wo war denn der Lootrop ungefähr, auf welchen Koordinaten? Äh, weh, 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 von mir aus weh. Das ist nur eine Frau, da mit der RPG rennt die da rum. Oh mein Gott, die müssen wir sofort wechseln, diese RPG. Ah, ich sehe sie. Und tot, good. Nice, schöner Shot. Das ist doch was, warst du eine RPG? Ich glaube schon. Oder? Ach, da ist doch die goldene knackige RPG. Oh, gönn dir. Sofa, Klima hier. Warte, hier schon mit uns, dass sie von der Seite kommen oder so. Du kannst jetzt Medikit auf jeden Fall gönnen, ich habe genug Leben. Okay. Wollen wir Hallen noch kurz abchecken oder wahrscheinlich war die Frau da schon? Ja. Ah, ne, die Frau kam von, äh, S, aber, ja, wir haben noch, ja, ich weiß nicht, die Zeit gerade. Von S kam sie. Hm. Ich mache ganz kurz einen kleinen Abstecher, du. Mach mal kurz da so einen kleinen Modus. Ich habe jetzt wieder 15 Verbände, Easy-Speed. Okay, auch, ne, ich habe wieder so wenig Ressourcen, das gibt es ja wieder nicht. Nicht, dass sie jetzt hier campen, Mann, das wäre ja richtig belastend. Moment, ist hier schon, okay, hier ist keine Kiste. Ich check noch hier die mittlere Halle ab, aber das war es dann auch schon wieder. Das war es dann auch schon wieder, ja. Okay. Es leben auch nicht mehr so viele, ne, 60? Nee, hier ist gar nichts mehr. Ja, ja, ich weiß, Digga. Let's go, Mann. Die Anfangs-Szenen waren zu krank, Digga. Ich habe 5 Kills. Ja, Digga, das war so ein Chaos, aber du hast auch gesehen, wie viele da gelandet sind, ne? Krass, dass wir die letzten waren, die da überlebt haben. Okay. Du kannst jetzt den Tannenbaum. Boah, dieser Weihnacht. Aber, Stil sieht man eigentlich den Gegner, wenn ich hier jetzt im Busch ist? Oder sieht man ihn erst recht nicht wegen den ganzen Dichtern? Schau mal. Äh, der Busch ist jetzt nicht so big. Sag mal, wo bist du? Nein, dieser Busch ist gefährlich, Digga. Ich bin, warte mal, hä? Hier bin ich. Ich sehe... Achso, moin. Mois. Ist schon belastend. Aber an sich dieser Busch, also wenn man den auch einsetzen kann, der ist richtig krank, weil ich falle da immer drauf irgendwie rein. Mit diesem ganzen Licht. Aber man denkt so einfach, alles Klimage hier, nichts passiert auf einmal, moin. Ey, warte mal, da hinten wurde gebaut. Ist aber nicht unser Teil, ne? Das ist absolut nicht unser Teil. Ich hab nicht so hoch gebaut. Ja, ja, das war auch, das war auch davor gar nicht da am Start. Ich glaub, da wollen sich jemand hier... Oh, ja, 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 schau, da wird auch gar zu... Ähm... Siehst du das? Nee, noch nicht. Das müssen wir so reparieren, diese eine Treppe da. Ah, okay. Auf 105. Ich weiß nicht, ob die schon davor da war. Aber die haben da auf jeden Fall so einen richtig großen Ständer gebaut. Ja, das war auf jeden Fall davor nicht das. Sehr verdächtig. Da muss wieder ein Fall gelöst werden, würde ich mal sagen. Ja, ein Fall für Conan. Ja, genau. Okay. Ich hab auch so ganz leichte Schüsse gehört von dort. Ja, von rechts auch. Weißt du das? Warte, warte. Ja, ja, ja. Von rechts, da vorne, kommst. Nee, bei mir ist jemand, bei mir, bei mir ist jemand. Erst gehabt, das wärst du, aber erst mal er. Moment, warte, ah, die sind auf dem Berg, Stil. Zwei auf dem Berg, auf NE, die laufen gerade drunter den Berg. Okay. Warte kurz, Digga, warte. Ich warte auf dich, ich warte auf dich. Die sind gerade, ich seh's gerade. Du kannst sie gleich schon anschießen. Auf welche Koordinaten soll ich gerade verhauen? Unter mir ist jemand. Rechts von dir? Unter mir in dem Haus. Unter dir im Haus schon. Ja, unter mir war jemand. Schneeballschlacht, Schneeballschlacht. Hat den einen ausgenommen? Noch einer? Genau, angeschossen, angeschossen. Der ist aus, er weint, er weint, er weint, er weint, er weint richtig gerade, er heult. Ich mach' kaputt. Warte, schieß weiter rein. Er baut sich Treppen, Digga. Er weint, er weint, er weint richtig hart. Vertrau mir, dieses Weint ist gerade auf den, auf anderer Basis. Da muss jetzt auf jeden Fall erstmal ein kleiner... Sein Teammate ist hinter mir. Er ist schon weiter geslappt. Ich, ich finish kurz sein Teammate. Sauber, sauber. Okay, er hat, er hat hier noch eine RPG, Digga. Sauber, sauber, nimm das direkt. Warte, ich komm' zu dir. Oh, nein, bei mir, bei mir, bei mir. Oh, oh. Ich komm' mir dann hinter dir, warte. Ich hör's dann, äh, genau, was ich grad machen. Hab' ihn. Oh mein Gott. Er ist direkt gestorben, oder? Ja, er ist direkt gestorben. Mann, der andere war so One-Shot-Bars, das gibt's nicht. Ich hab' seinen Teammate aber gefinished, alles gut, Digga. Lass' das mal jetzt hier wieder reviven und so. Ja. Ey, ich glaub', ich weiß, wo er peaked. Auf 75, straight. Okay. Ich baue mich mal kurz zu. Ich hab' geschossen. Ich gönne mich schnell. Nein, bei mir, bei mir. Wo, wo genau, bei dir? Ähm, Abignard, Digga. Nice. Nice. Wir müssen laufen, die Zone, Zone, Zone. Ja, die Zone ist gerade anders. Nein, ich sterb, glaub' ich, oder? Fuck, nein. Hast du Verbände? Ja, ich hab' Verbände, aber ich glaub', ich hab' das auch... Schaffst du, schaffst du's? Ja, ich bin grad außerhalb der Zone. Setz Verband einen, bitte. Komm, komm, komm. Wie weit? Nee, es geht, es geht. Okay, da hinten ist auch ein Lootop, siehst du ja, ne? Ja, Mann. Hab' ich auch angeschossen. Ähm, der eine Typ ist doch noch am Leben, oder hast du den schon safe geholt? Den, den hab' ich komplett weggeschottet. Nice, Digga. Boah, das waren echt intense Szenen grad schon wieder. Okay, warte mal. Ey, ich hab' so wenig Leben, Barca. Acht Leben. Acht Stück. Wir schaffen das. Ah, da, ich seh' eins, hier. Er läuft doch auf einer Fläche. Ich kann ihn, ich hätt' ihn lieber nicht an. Er ist auf 150 gelaufen, den Berg hier hoch, jetzt so links. Wo ich gerade bin, weil ich bin grad so one-shot, Digga. Ich werd' direkt... Wollen wir uns hier hochbauen, Digga? Komm, komm, komm zu mir. Ja, genau. Warte, ich lauf' auch grad hier rein. Da wird aber gleich direkt einer sein, ne? Oh, oh. Ne, ich komm' hier nicht hoch. Ich komm' hier nicht hoch. Nein. Oh mein Gott. Irgendwo hier war er. Kommst du, Stil? Ja, ich bin so schlecht gerade hier platziert, warte. Okay, ich bin jetzt, glaub' ich, noch in der Zone drin. Ich hab' einen gesehen. Er ist hier drin. Warte, ich geb' mir erstmal Verbände. Stil, er ist über mir. Nein, nein, nein. Pass auf, ich komm sofort. Nein, 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 nein. Ich komme. Oh mein Gott. Neun Leben. Sauber. Mach mir keine Angst, Bro. Ich komm sofort. Er hat einen Sniper gejobbt und einen Jump Pad. Nice, nice, okay. Ich hab' auch einen Jump Pad. Ich nehm' mal kurz die Sniper, Digga. Warte, ich nehm' mal die Blau M4. Oder hast' du ne Blau M4? Ähm, Blau M4 hab' ich nicht, ne. Ach, dann nimm' du die Grüne. Ne, du, ne, nimm' du ruhig, wenn du keine hast. Ich hab' so heftige Ressourcen. 631 Siegelstein, 999 Holz. Nice, Digga. Ich hab' auch 298 jetzt wieder Holz. Sauber, sauber. Das kommt grad' richtig nice. Okay, die hört's, die hört's, die schiebt auf uns. Von wo? Ich weiß nicht. Irgendwie hab' ich grad' die ganzen Schleballgeräusche. Ja, 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 von der Base, von der Base. Ähm, auf 120, Digga. Ja, ich merk grad' die Angst. Ich mach' auch Angst, die kommt. Komm, wir haben Raketwerfer. Oh, Digga, die Schneebälle kommen insgeflogen. Hab' ich ihn angeh... angeh... angehittet. Sauber, sauber, sauber. Schieß durch, schieß durch. Er... er läuft rechts, er läuft rechts. Steel, er's One-Shot. Nice. Hab' ich ihn einfach genommen, sauber, sauber. Wichtig, ich versuch' ihn noch zu holen. Ich hab' ihn angehittet mit Sniper einmal, komm. Ich snipe auf ihn. Sein Kollege muss ihn eh gleich holen. Oh, ich... ich schieß' ihm unter seine Säcke. Ich schieß' ihm unter seinen... kleinen Pimmel, Digga. Er braucht er, er braucht er, er will ich euch helfen. Hab' ihn. Sauber, sauber. Ja, er ist, er läuft auch. Ja, ja. Ah, schade. Schieß drauf, schieß drauf, ich snipe ihn. Warte, ich hab' so wenig Munition, ich weiß, ich hab' das... Oder, warte, warte, ich mach' einfach einen Raketwerfer. Es leben nicht mehr viele, Digga, es sind nur noch drei Leute. Ja. Danach noch ein Zweierteam. Okay. Da hinten ist noch einer, da hinten ist noch einer bei Ihnen. Noch einer? Kommt der noch zu Ihnen? Da ist auf jeden Fall noch einer, ja, warte. Ich hab' leider keinen Trank oder so. Ah, er baut links, er baut links. Ich glaub, er kommt gleich und vielleicht geht das von unten. Die Zone, nein! Wir müssen los, Digga. Wir müssen gleich bauen, um unser Leben. Pass auf, Digga, auf jeden Fall bei E ist noch jemand. Das sind nur zwei Leute. Lass' dir rechts rumlaufen. Komplett, wir schaffen das. Du hast doch genug Leben. Da ist auch ein Loot-Hop genau vor unseren Augen. Wir machen jetzt safe einen Hasen-Technik, Digga. Komm. Boah, schade, ich würd' so gern diesen Loot-Drop eigentlich nehmen, aber ja, kann man das denselben Modus machen. Loot-Drop. Raindrop. Drop-Trop. Komm. Wir schaffen das. Komm, wir schaffen das. Hast du gehört, die haben gesniped? Ja. Ich hab' gehört. Soll ich den Schuss bauen? Von 120. Ja, Moment. Wir können uns hier jetzt ansneaken, Digga. Ich bin jetzt grad hier oben. Ach, hier ist ein Gefäng... Ach, da ist ne Base, Digga. Da ist ne Base. Ja, also ich auch gerade, okay. Steel, wollen wir uns hier ne Base bauen? Lass einer, dass mindestens nur einer... Lass hier nach oben bauen ist. Warte. Nenn, lass mal ein bisschen noch höher gehen, oder? Da sind wir auf jeden Fall viel höher sind als die... Ja gut, ich hab' viele Ressourcen, deswegen dachte ich mir so meins. Ach so, sorry, warte. Oh Gott, komm, jetzt... Lass, wir bauen hier, kommst hier. Ja, okay. Okay. Bau du noch ein bisschen hier, weil... Ähm... Er ist noch immer fünf Leute am Leben, ne? Also wie gesagt, links, ich denk' mal, bei diesem kaputten Haus müsste... Er kann auf jeden Fall nicht weiter weg sein. Erst noch so ein paar Etagen können. Ja. Hinten uns genau, sauber, sauber. Warte, warte, warte. Moment, Moment, nicht zubauen, kurz. Ja, ich hab' nichts gemacht. Opa. Opa, ah, ich verdrück' mich hier. Nein. Wir sind richtig gut in der Zone drin. Boah, du könntest ja nicht so geil snipen, Digga, dein Kopf... Oh Gott. Basta, du musst schnell kommen. Warum hab' ich keine Snipen-Schläge? Ich muss dich hier kurz passen... Digga, Mann. Nein, nein, ich bin runtergefallen. So, jetzt passt das. Okay, Moment. Ähm, wir müssen uns eigentlich noch höher bauen. Ich bau' mich noch höher. Ja, wir sind richtig krank in der Zone gerade. Äh, warte. Ähm, ich mach' hier links. Nein, nein, ich hab' mich untergebaut. Warte, ich mach' hier direkt erstmal... ...den Modus. Okay, die schießen da gerade richtig. Wollen wir uns noch einmal höher bauen? Kommt. Ja, müssen wir, müssen wir. Okay, noch eine Höhe. RPG auf uns, RPG auf uns! Oh, wir sind so hoch. Nein. Hab' mich getroffen! Wo, 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 wo? Er weint gerade. Er, er, er traut sich gar nicht mehr, mit der App hier wieder zu schießen. Merke ich doch gerade. Okay. Ich schiebe auf die Base, direkt auf E. Er ist dann auch immer unten links, ne? Wo denn? Auf N-E? Gut getroffen! Er weint wieder! Er weint wieder! Er weint wieder! Ah, ich seh' ihn, ich seh' ihn, ich seh' ihn. Gut getroffen! 33er! Er hat komplett weißes Leben. Er weint gerade. Er denkt sich nur, was hab' ich gerade getan? Gut! Er weint, ich seh' ihn, ich seh' ihn, ich seh' ihn. Ich seh' ihn, ich seh' ihn. Ah, äh, der andere hat ihn ausgenockt, Digga. Ja, okay. Okay. Zwei Leute, die beide bei der Base. Ich seh' ihn, ich seh' ihn. Ich seh' ihn, ich seh' ihn. Ich seh' ihn, ich seh' ihn. Beim Baum, beim Baum. Hab' mich getroffen. Du hast ihm. 3-mal bleib' aus dem Weg. 3-mal bleib' aus dem Weg. Er hat komplett weißes Leben jetzt. Wir laufen zum Gefängnis. Wir müssen den Linken holen. Wir müssen den Linken holen. Angeschossen. Angeschossen. Ah. Oh, ein, 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 ein. Der, 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 der ist forn' shot. Der, der, der ist forn' shot. Warte. 2-3 Schüsse. 2-3 Schüsse. Der ist forn' shot. Der eine forn' shot. Okay. Er versteckt sich da. Ich hab' ihn. Sauber. Okay, Steve. Wir können richtig Trickshot machen. Ich mein's ernst. Okay, warte. Du kennst das doch den Hasen. Das ist die Motion, Digga. Ich mach'n Auskopp, Digga. Komm, gönn die die, die. ich hab ihn angehittet Oh! Darf ich ihn holen? Warte, warte Wo ist der? Er ist ein Baum Wir müssen den Baum kaputt machen Hast du gehört, er legt nach? Ne, ich hab nachgeladen Nice! Ich wollte eigentlich unbedingt no-scopen, Steve Aber du weißt doch, was dann passiert Gut, Leute! Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das schmackhafte Duo gefallen Am Anfang zu kranke Szenen Und auch am Ende haben wir hier richtig taktisch die Gegner hier outplayed Wie viele Kills hast du gemacht? Elf Stück, ja Elf Stück! Tschüss, man! Ich hab auch sieben Dann haben wir 18 Kills zusammen gemacht Okay, Leute, also haut rein Bis zum nächsten Mal, Leute! Oh, tschüss!